Wir müssen die Dauer auf die Straße bringen. Wir müssen die Dauer zu den Menschen bringen. Wir müssen die Dauer in jedes Haus bringen. Wir müssen die Dauer überall hinbringen. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen, wo wir Dauer draufschreiben. Und dann wirst du, bis irgendeiner sich verläuft. Das müssten die Leute endlich kapieren. Deine Tochter wird sich nicht in eine versteckte Moschee verlaufen. Guck dir mal die Spielhallen an. Guck dir mal die Drogendealer an. Was ist in den Bordells los? Wir sind hier auf dem Nullpunkt. Liebe Geschwister, seid die Soldaten Allahs in diesem Land.